Ich zeige dir meine geheime Fähigkeit. Pass auf. Ich habe hier eine Lootbox. Und ich wette... Nein, ich wette nicht. Ich weiß. Alle Items, die ich bekomme, sind alleine... Ja, genau. Geheime Fähigkeit. Sind alleine nur mit Goldstücken gedingenst, weil ich alle schon habe. Jetzt aufgepasst. Und... Ja, ja, ja. Alle schon gehabt. Ja, geheime Fähigkeit. Ich kann nämlich in die Zukunft schauen. Ich weiß sowas einfach. Sowas habe ich im Urin. Wie? In meinem weiblichen Urin. Geheime Fähigkeit. Ich habe heute einen legendären Tracer-Skin gezogen. Welchen? Ach, wie heißt denn der? Ich kann es auch nicht nachgucken, weil jemand sie gepickt hat. Ehrlich? Ist ja frech. Ja. Finde ich auch. Jetzt kannst du hier nachschauen. Also ich glaube zumindest, dass ich den Namen in der Liste erkenne, wenn ich ihn sehe. Ultraviolet heißt der. Dann gehe ich mal gucken. Kann es... Kann es... Ultraviolet? Den habe ich doch nicht. Ich weiß jetzt nur natürlich... Ich weiß jetzt nur natürlich nicht, wie der auf Deutsch heißt. Ja, sicherlich irgendwas mit Lila. Das ist aber eine gewagte These, die du hier aufstellst. Ich weiß jetzt... Ich weiß nicht.